Hey Leute, was geht ab? He's Danny, die heute machen wieder Du Schreibstich Rap in euren Kommentaren, die ihr geschrieben habt an einem Freestyle-Song. Was heißt das für die ganzen neuen Leute? Ich kommentiere und freestyle die Kommentare vom letzten Du Schreibstich Rap. Das heißt, wenn du jetzt hier rein kommentierst, dann kommst du ins neue Du Schreibstich Rap nächstes Mal rein. Und ich hab mir jetzt schon mal eine kleine Hook ausgedacht für den Anfang, damit's cool anfängt. Weißt du, was meine? Let's go! Pikachu, wo bist du, wo bist du? Pikachu, Pikachu, wo bist du, wo bist du? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hey, hey, ich werd dich jagen in meinem kleinen geilen Sportwagen. Du wirst mich fragen, wo hast du den her? Ich sag go yeah, Hausmaus, Teppichfaust. Du weißt, Bruder, ich bin einfach der Maus. Kauf dir mal ein paar Likes, dann kriegst du auch Likes, Bruder. Dafür hab ich einfach keine Zeit. Dies, das, wer, was? Der Nidji bleibt und ist krass. Und ich weiß, Leute gucken mich an und werden blass. Ich bin Araber, unterwegs in Araber. Ja genau, bist du kein Araber? Ich denk mir, nein, Mann, ich tütte deine Mutter mit ein Stück Butter. Sie hat unten ein bisschen Fischkutter. Boom, Digga. Lu, Digga, was? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Ich taube nix und zerreiße dich. Deine Mutter bin einfach im Mund ge... Nein, Mann. Scheiße, Mann. Aber immer noch besser als Abhochschwuchtel, der früher immer zäh und gesuchtet hat. Irgendwie hat es verdammt sein. Pikachu, Pikachu, bis es dich verpissst nicht. Pikachu, wo bist du, wo bist du? Pikachu, Pikachu, wo bist du, wo bist du? Wo bist du hin? Verpiss dich, wann? Nur noch, nur noch 26 Prozent. Ja genau, aber trotzdem eingepäppt, pennt. Du bist Hammerhahn, talentierter Schlinge, du. Danke, Bruder, bin ein Geist, so wie Huibu. Hab ich schon mal gesagt in einem anderen Video? Keine Ahnung, wow, bin eine kleine Ho, ha, ha, ha. Nein, Spaß, Güle, Güle, Arschgefühle. Geh und putze deine Zähne. Ich riech sie von der Ferne. Ich denk mir, nein, sehr viel ist geil, weil, buh, Kaka ist und ein bisschen Kaka ist. Ich komme im Benza und du, du kommst nur durch mein Fenster. Ich denk mir, nein, ich bin Baba, ficke deine Mama. Und jetzt kommt der Energy auf Energy, zerfetschig auf Energy. Dann tanz kleinbrotkrümmel, so wie mein Pimmel. Im Himmel, im Himmel, im Himmel. Im Himmel, im Himmel. Ja, Oxja, ihr seid ja dabei. Dabei. Alle Hände. Pikachu, Pikachu. Wo bist du, wo bist du? Pikachu, Pikachu. Wo bist du, wo bist du? Pikachu, Pikachu. Wo bist du, wo bist du? Wo bist du hin, ey? Wo bist du hin, ey? Ey, 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 ey. Lass mal ein Like da, kommentiert, wann noch was Neues ist, irgendwas, keine Ahnung. Und schau auf jeden Fall jetzt bei Nordi vorbei. Link in der Bio. Da hab ich bei ihm zwei Videos sozusagen mitgemacht. Einmal war ich in seinem Vlog dabei, bei den XTuber Days. Und einmal haben wir so ein Rap zusammen gemacht. Schaut auf jeden Fall rein. Erster Link in der Bio. Mann, war das anstrengend. Ich wollte eigentlich mein Handy nehmen, jetzt hab ich die Maus zum Helden. Ciao.